Die Ärmste ist so müde. Weißt du, alte Leute sind nach dem Essen meistens erledigt. Also, du kennst Dragonfly? Äh, ja, ich denke schon. Wir stehen uns sogar recht nah. Hat er... Hat er sie schon mal nach mir erkundigt? Ähm, ja. Ja, einmal. Was hast du ihm erzählt? Ähm, naja, nichts weiter. Ich hab ihm gesagt... Ich hab ihm erklärt, die Sache mit Jill ist so. Wenn du ihr in die Augen siehst und sie deinen Blicker wieder bringen... Dann würdest du alles tun. Einfach alles, um ein besserer Mensch zu werden, damit... Falls du jemals das Glück haben solltest, mit ihr zusammen zu sein... Du auch jede Sekunde ihrer perfekten... Anmut und ihrer grenzenlosen Schönheit... ...und unendlichen Liebe verdient hast. Wein doch nicht. Das tue ich nicht. Meine Augen brennen nur. Ja, Rick. Ich wollte dir nur sagen, das war das mit Abstand Schönste... ...was mir jemals jemand gesagt hat. Duftkerze? Oh, danke. Ach, Rick. Ich bin so verwirrt. Und doch... Weiß ich genau, was ich will. Ich bin so da. Vielen Dank.